am Abendbrottisch und dann sagt der Junge, sagt er, Mama, du bist die beste, coolste und tollste Mutter auf der ganzen Welt und da geht für dich als Frau die Sonne auf. Das ist wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag an einem Tag. Und ich bin noch anstrahlen, ich habe Spaß für zehn und, was sagt Ralf, der macht alles Dreck kaputt. Und sagt, warum? Ich sag, weil es so ist ja, warum? Sagt der Junge, kann ich doch erklären, Mama. Sagt er, wenn ich mit meiner Freundin oben bin, im Zimmer, sagt er, du kommst nie nach oben und laberst uns blöd voll. Nein, ich sag, ich komme nicht hoch. Sagt er, oder wenn ich oben bin mit meinen Jungs und wir sind am Zocken, ne? Boah, du kommst nie rein und nervst da blöd rum oder was? Ich sag, nein, ich sag, ich komme nicht, ich komme nicht hoch. Guck der Ralf mich an, sagt er, hättest du gedacht, dass sich deine Faulheit mal so auszahlt?